Ich habe Polizeierfahrungen, ich bin bekannt, Leute, es ist nicht schön. Lerne, lerne jetzt von meiner Story. Ihr habt doch vielleicht mein Draw My Life gesehen. Und in meinem Draw My Life habe ich doch gesagt, dass ich einen YouTube-Account hatte. Zumindest habe ich da so ein paar und die Zeug gemacht, mit Kumpels. Und mit dem einen Kumpel bin ich halt immer Pocketbike gefahren. Und dieses Pocketbike war von seinem Nachbar. Und dieses Pocketbike war schon so ein bisschen aufgemotzt. Also das konnte so 60 kmh fahren, also das war schon ein ganz gutes Teil. So, dann sind wir damals Pocketbike gefahren und wir wussten die ganze Zeit, ja, eigentlich dürfen wir das nicht fahren, weil eigentlich brauchen wir dafür einen Führerschein. Aber ich meine, das ist so ein Kinderbike und sowas, weißt du? Ja, und der hatte halt Spaß dran, die Dinger halt immer so aufzumotzen. Das war ein älterer Herr, keine Ahnung, der war bestimmt schon über 70. Und da hat er sich so gedacht, jo, weißt du was, ich kann ja selber nicht damit fahren. Geben wir es den Nachbarn und die können damit immer fahren. Die sollen immer rüberkommen und dann können die immer fahren. Also sind wir immer zu dem rüber, sind immer Pocketbike gefahren. War auch geil auf der Straße, also da gab es so bloß so eine kleine, wie eine kleine Dorfstraße, also wie eine Sackgasse und da konnte eh kein Auto langen, von daher war das entspannt. Und dann gibt es dahinter noch so einen Wald und dort sind wir immer durchgefahren auf so einen Riesenparkplatz. Also Riesenparkplatz, dort ist halt so eine, so eine große Halle und dort ist halt noch ein Parkplatz dafür. Und dort sind wir halt immer, wenn es leer stand, immer mit dem Pocketbike gefahren. War alles cool, war wirklich alles cool. Es ist auch nichts passiert. Uns ist eigentlich nie was passiert, außer dass einmal, also einmal, da waren wir aber auch dummes Fuck, das muss ich jetzt nochmal sagen. Da waren so andere Jugendliche und die waren so mega cool und die haben sich richtig krass gefühlt. Die sind übrigens so ein Fahrrad gefahren. Und wir wollten halt so mit dem Pocketbike so dran vorbeifahren, haben uns so übelst cool gefühlt. Und ich bin vor ihm so reingezogen in eine Kurve. Er kam von hinten, fährt mir übers Hinterrad und fliegt erstmal übelst auf die Fresse. So, erstmal so mit 50 kmh oder so auf die Fresse geflogen. War eine geile Sache, weil wir hatten ja keine Knieschone oder irgendwas an. Aber wir hatten immer einen Helm auf, das war das Gute. Ja, aber es ist uns nichts passiert, es war alles gut, wir sind weitergefahren. Später, es war ein scheiß Tag übrigens. Also, das war kein... Ne, das war noch ein ziemlich regnerischer Tag. Also, ich sag mal so, es gab ein paar Tage, da lief das ganz gut, konnten wir ganz entspannt fahren. Und da gab es zum Beispiel jeden Tag, da hat es auch übelst geschifft, also es hat mega geregnet. Wir waren halt so, wir fanden das geil, auf der Wiese zu fahren. Und da haben wir immer wie Donuts gemacht, ne. Ihr wisst ja hoffentlich, was ein Donut macht, ne. Also, im Kreis halt fahren, ne. Und da hat es immer so, hinten hat es immer so das Wasser so weggespritzt. Das war eine echt geile Sache. Also, ich habe das mega gefeiert, wenn es so das Wasser weggespritzt hat, so auf der Wiese. Und auf einmal, Leute, auf einmal... Also, jetzt kommen wir erstmal zum lustigen Teil der ganzen Story. Auf einmal fährt mein Kumpel in Scheiße. Der macht so, der zieht so rum, fährt den Scheiß und hat einen riesigen Kothaufen integriert in seinen fucking Reifen. Das ist so widerlich gewesen, es hat so gemuchtet einfach, es war richtig, richtig eklig. So, der fährt ja noch, die ganze Scheiße spritzt schon an den Rand, ne, weil es war ja nass. Die Scheiße ist abgeflogen, den so an die Kleidung ran. So, der hat nach Scheiße gestunken auf jeden Fall. Wir wollten dann natürlich erstmal so weiterfahren, aber wir haben dann gemerkt, ne, also so können wir nicht weiterfahren. Also, das ist ein Stück weit zu eklig. Dann sind wir dort in diese Halle rein, haben so den Hausmeister gefragt, ob der Klobappier hat und haben versucht, das abzuwischen. Ey, ich sehe es jetzt noch vor mir, wie ekelhaft das war. Es war wirklich das Widerlichste. Na gut, auf jeden Fall sind wir dann einfach wieder heim, haben das später abgewaschen, äh, haben das wieder abgewaschen. So, dann ein paar Tage später sind wir wieder auf diesem Parkplatz, weil ich meine, das ist ja ein leerer Parkplatz, was kann da schon so groß schief gehen, ne. Sind wir nochmal dorthin, sind wir nochmal ganz normal gefahren und auf einmal, auf einmal kommt die Polizei. Auf dem leeren Parkplatz, wo nie die Polizei erscheint, kommt die Polizei. Weil uns von irgendein, also von ziemlich weit weg, hat uns irgendjemand verpfiffen und hat gesagt, hier, da fahren ein paar Jugendliche Pocketbikes. Bro. Die brauchen doch dafür einen Führerschein. Das ist ja wie schwarz fahren. Auf dem Parkplatz, Leute. Wir sind extra auf dem Parkplatz gefahren, wo keine Sau ist. Ja, auf einmal, wir wollten nämlich gerade schon nach Hause, in den Wald rein. Und auf dem Weg, Richtung Wald, kam auf einmal die Polizei, die stand auf einmal hinter uns, hat so Blaulicht angemacht, damit wir es hören, weil wir haben es nicht gehört. Da habe ich mich so umgedreht und dachte mir so, ach du Scheiße, die Polizei ist am Start. So, hatte ich gar keinen Bock drauf. Ich, ich persönlich und Polizei, ich kenne mich da gar nicht aus und ich habe da Angst davor. Ne, ich meine, da war ich 14, mein Kumpel war 13, also ich war strafmündig, er war nicht strafmündig. Und mein Kumpel hatte so überlegt, in den Wald reinzufahren und vor den abzuhauen. Da habe ich gesagt, das kannst du nicht machen, so. Das kannst du absolut nicht machen, so. So, da bin ich direkt stehen geblieben, er ist dann auch stehen geblieben. Dann haben die wirklich, also die Polizisten, mal ganz ehrlich, so ein bisschen gefühlvoll hätte man auch immer sein können. Also an sich, die haben jetzt nichts Schlimmes gemacht, so. Die haben jetzt auch nicht in einem übelst bösen Ton geredet. Aber ich meine, die haben unsere Personalien aufgenommen, die wollten uns mit dem Polizeiwagen nach Hause fahren. Ja, keine Ahnung, aber wir hatten eigentlich an dem Tag Training und wir mussten fast das Training absagen, mit dem Grund, weil wir von der Polizei nach Hause genommen werden. Alter, stell dich das mal vor, das kann ich doch nicht bringen. So, ich hatte schon den übelsten Stift in der Hose, weil die Polizisten, die haben gesagt, du kommst mit, mit unseren Wagen, kommst du mit, wir fahren dich jetzt nach Hause, wir sprechen jetzt mit deinen Eltern. Ey, ich habe fast geheult, wirklich ohne Scheiß, 14 Jahre, ich habe fast geheult. Ich sehe aus wie der übelste Allmann, so. Ey, ich und straffällig, what the fuck, was ist da los? So, zack, Polizisten haben mich schon ins Auto gesetzt und dann hat der eine Polizist dann trotzdem irgendwie noch nachgegeben, hat gesagt, hier, komm, dann mach zum Training, aber wir fahren jetzt zu dir nach Hause. Ich, weil ich weiß, dass mein, also mein Vati, ne, der ist schon ein bisschen, ich sage mal, wenn es um sowas geht, kann ich mir schon vorstellen, dass der ziemlich, ziemlich wütend ist und meine Mom, die war da bestimmt auch nicht so glücklich. Auf jeden Fall, die Polizei macht wirklich zu mir nach Hause. Ich weiß nicht, ob die Probleme mit mir haben, aber wirklich, ich sah übelst aus wie ein Milchbubi, ich sehe jetzt aus wie ein Milchbubi, aber damals sah ich wirklich aus wie 5. So, mir kann es dir nichts zu leiden tun. Die fahren zu mir nach Hause, meine Eltern stehen da und nehmen es einfach als Gelassen hin. Klar, meine Mom, der war das schon peinlich, dass die Polizei vor uns aus hier steht, ist ja ganz klar, aber als ich dann später nach Hause kam, vom Training kam, dachte ich mir so, jetzt, jetzt kannst du dich drauf gefasst machen, dass du nie wieder raus darfst. Ne, bei mir gab es sowas wie Hausarrest oder so nicht, aber, weißt du, ich konnte mir eigentlich gefasst machen, dass es ziemlich, ziemlich laut wird, wenn ich nach Hause komme, ne, dass es übelst, übelst hart wird. Aber was war? Meine Eltern haben es übelst gelassen genommen. Die haben gesagt, hier, allein mit der Angst, die du da hattest bestimmt vor uns, ach, wenn du wieder nach Hause kommst, ich glaube, das war Strafe genug und ich glaube, das machst du auch nicht wieder. Ja, gut, da war ich erst mal übelst erleichtert, ich hatte so übelst Glück damit gehabt, ich habe mich da auch mega gefreut und dann später sollte ich aber auf die Polizei und da dachte ich mir so, ach du Scheiße, ich muss jetzt auf die Polizei. Ich dachte, das Ding ist jetzt durch, ich dachte, die reden bloß mit meinen Eltern, es ist alles gut. Nein, die haben ja wirklich die Personalien aufgenommen, haben dann gesagt, hier, kommst du mal zu uns auf die Polizei und wir wissen noch nicht, wie das weiterläuft, ob es zur Staatsanwaltschaft und sowas geht. Junge, ich bin Pocketbike gefahren auf einen fucking Parkplatz mit 14 Jahren. Staatsanwalt, Alter, als ob die mich jetzt vor Gericht ziehen wollen. Ja gut, zumindest bin ich dann später mit meinem Opa, also wirklich, ich konnte den Tag nicht in die Schule gehen mit dem Grund, dass ich zur Polizei musste, weil ich eine Straftat begangen habe, wegen Schwarzfahren. So, dann bin ich dorthin, ich habe mir fast schon eingeschissen gefühlt, ne, der Stift hat definitiv gemalt. Bin ich dort rein und da war so eine Frau, die war mega verständnisvoll, die hat dann einfach gesagt, ja, hier, also das kann ich jetzt auch nicht ganz verstehen, warum daraus jetzt ein Thema gemacht wird. Ich meine, ihr seid jung und dann hat die noch gefragt, ja, siehst du den Fehler ein und so oder was du gemacht hast? Und da habe ich gesagt, ja, Alter, ich würde das niemals wieder machen. Das haben wir dann auch nicht mehr gemacht. Und da hat die gesagt, ja, dann ist das Ding jetzt durch und da könnt ihr jetzt nach Hause gehen. Alles klar, alles klar. Das, das ist die Story. Deswegen, innig alle Sache, die Polizei wirklich denkt nicht von der Tapete bis zur Wand oder von der Wand bis zur Tapete. Die denken es einfach nicht, ich bin ein richtiger Gangster jetzt auf einmal. Alle denken, ich bin eigentlich ein brates Kind, aber dabei bin ich hier übelst straffällig. Was hier passiert, ist krank. Die, anstatt die Polizisten sich um was kümmern, was überaus krass ist, wird sich hier gerade darum gekümmert, dass zwei Kinder auf dem Parkplatz, der leer steht, mit dem Pocketball gefahren sind. Klar, letztendlich ist es schwarzfahren. Wir sind doch einmal auf dem öffentlichen Fußweg gefahren, so an der Straße lang. Ich meine, das ist, was da wirklich hätte uns da eine Polizei, dann wäre das völlig in Ordnung gewesen. Aber das ist halt, das war absolut lost. Und vor allem waren wir ja schon auf dem Heimweg. Also wir wollten gerade in den Wald fahren, um dann zu ihm zu fahren. Das ist eigentlich ziemlich schwierig. Also sowas ist wirklich ziemlich schwierig. Aus vielen lernt man. Bruder, so ist es. Also ich muss sagen, seitdem bin ich halt wirklich nicht mehr Pocketbike gefahren. Aber ich sage mal so, ich finde es jetzt nicht gravierend. Und ich verstehe es halt auch wirklich nicht, dass Menschen sich so denken, Alter, ist das gefährlich, was die dort machen? Da müssen wir auf jeden Fall die Polizei mal hinschicken. Also es ist wirklich so gewesen, Leute haben gemeldet, dass wir dort Pocketbike fahren. Letztendlich, die Polizei, die hatte ja gar keine andere Wahl, als dort hinzufahren, aber die hätte mal ordentlich mit uns umgehen können und nicht so wie Schwerverbrecher uns da stehen lassen müssen. Also das war das, aber ein bisschen Waste. Aber wenn man anruft und sagt, hier kifft einer, kommen die nach fünf Minuten, der Brew ist wirklich so. Ich habe eine Schüssel Nägel zum Frühstück verdrückt. Und zwar ganz ohne Milch. Und jetzt abonniert mich, sonst gibt es einen aufs Maul. Und wenn man anruft und sagt, hier hatHANится einfach wieder.